Warum wir das Süße so sehr beanspruchen? Gib mir mehr davon. Das buchstäblich Süße ist etwas Zentrales in unserem menschlichen Leben. Wir lieben den Zucker, wir brauchen den Zucker, ganze Industrien leben davon und panschen sämtliche Nahrungsmittel, die man überhaupt nur industriell verarbeiten kann, mit Zucker. Aber auch das viel gepriesene Obst, das frische Obst hat ja eine wesentliche Süße und wer mag schon Obst, das nicht einigermaßen süß ist oder zumindest einen bestimmten Anteil an Zucker aufweist. Ich will gar nicht von den Getränken sprechen, den Limonaden und dem Cola, dem Süßstoff und dem Nicht-Süßstoff. Letztendlich all das, was uns immer wieder zu dieser Süße bringt und was diese Süße einfordert, ja genau, einfordert, das ist der Punkt. Das heißt, wir haben ein dringendes Bedürfnis, diese Süße immer wieder zu uns zu nehmen. Und natürlich ist es so, dass all das evolutionär bedingt war, weil wir wollen ja als Lebewesen überleben. Aber das ist vielleicht ein zu einseitiger biologischer Standpunkt. Die Süße ist nämlich noch mehr. Die Süße breitet sich ja mental aus oder seelisch aus oder vielleicht sogar geradezu geistig aus, indem es zum Beispiel Menschen gibt, die sagen, ich will nicht mehr wiedergeboren werden, wenn wir da jetzt ein bisschen spirituell werden, sondern ich möchte in das Nirwana aufgehen und ich möchte in diesem Allsein sein und nicht mehr wiedergeboren werden, um nicht mehr existieren zu müssen. Letztendlich ist das nichts weiter als eine Sehnsucht nach dem Süßen, dem Paradiesischen, dem nicht mehr leben müssen, sich nicht mehr plagen müssen, kein Leid mehr erfahren müssen, sondern dieses fulminante, große, geistige, supra-spirituelle oder egal wie wir das nennen, Süße zu genießen, um damit eben nicht mehr in eine Existenz geworfen werden zu können. Aber das ist jetzt sehr abgehoben. Wir haben ja angefangen mit den süßen Lebensmitteln, die wir so sehr brauchen. Und wer Kinder hat und wer sich selber auch hat als Erwachsener, der weiß, wie wichtig das Süße in seinem Leben ist. Einen Vorrat an Schokolade zu haben oder zumindest doch immer eine Schokolade oder irgendeinen süßen Schokoriegel griffbereit zu haben, wenn man unterwegs ist und in den Bergen eine wunderschöne Wanderung macht, die natürlich anstrengt und wo dann eben der Hunger auftaucht oder der Zuckerspiegel runter sinkt und du tatsächlich diesen Traubenzucker dann brauchst und benötigst, um einfach überhaupt weitermachen zu können. Aber was wären wir ohne die süßen Menschen, die uns begegnen? Ohne das Entzücken, das immer wieder da ist, wenn wir eine schöne Frau sehen oder einen schönen Mann sehen oder Kinder sehen, das Niedliche in Kindern sehen. Gerade das Süße ist ja für uns Erwachsene, für uns als Eltern, als Väter und Mütter, ständig präsent zu sagen, guck mal, wie süß der jetzt gerade guckt, wie süß sie gerade spielt, wie süß sie angezogen ist, wie süß sie lächelt. Das Lächeln ist ja überhaupt der Motor unserer süßen Möglichkeiten, die wir als Mensch haben. Das heißt, wir begegnen jemandem und als automatisches, ganz verinnerlichtes Grußritual entsteht, wenn wir nicht ganz verblödet sind und vollkommen versteinert sind, immer wieder das Lächeln, das süße Lächeln, das uns den Tag dann weiter empfangen lässt, weil wir sagen, mein Gott, das war ein scheiß Tag irgendwo, aber mir sind zwei Menschen begegnet, die gelächelt haben, weil ich vielleicht auch gelächelt habe oder ich habe nicht gelächelt. Also ich war nicht süß in meinem Antlitz, die fanden das aber trotzdem gut und haben mich angelächelt und das hat mich über den Tag gerettet. Wie oft entstehen solche Situationen in unserem Leben? Das heißt, wir brauchen diese süße Wahrnehmung, nicht nur in Form des Nahrungsmittelsuckers oder der gearteten Möglichkeiten, die so Zucker hergibt, respektive, wie gesagt, der Süßstoffe, die etwas vorgaukeln und der Körper reagiert aber trotzdem so, als ob er Zucker bekommen hätte, sondern wir brauchen ständig das Antlitz in unserer Wahrnehmung von etwas Süßem. Die Süße des Sonnenuntergangs oder die Süße des frühen Morgens, wenn wir aufstehen und noch niemand unterwegs ist und die Welt so still ist und so getragen ist und ausgeruht von der Nacht ist und wir empfinden die Süße dieses Sonnenaufgangs da oder die Süße des Vogelzwitscherns in uns. All das ist süß und all das brauchen wir, um überhaupt das Leben führen zu können. Wenn keine Süße in deinem Leben wäre, wäre dein Leben nichts wert. Und es wäre vor allem nichts wert deswegen, weil es nur Leid gibt oder so häufig Leid gibt oder so häufig Anstrengung gibt und Anstrengung ist ja insofern auch ein Leid, weil wir müssen uns bemühen, wir müssen etwas auf die Reihe kriegen, wir müssen uns aufraffen, wir müssen etwas wirklich so packen und all das. Und das ist ja im weitesten Sinne Leid. Aber dann haben wir die Pause verdient von dem Süßen, und das vielleicht süßes Gebäck und der Kuchen oder ein gesüßter Tee und all die Möglichkeiten oder das Obst und den Apfel und so weiter. Das heißt, wenn wir unser Leben ganz vereinfacht betrachten, dann könnten wir sagen, es besteht einerseits eben tatsächlich aus dieser Komponente des Anstrengenden und Leidvollen, des Problematischen, des Kranken und natürlich dann auch des Vergehenden, weil das Leben altert ja und irgendwann ist dann das Leid da und irgendwann kommt dann die Erlösung von dem Leben in Form des Todes. Und wer weiß, vielleicht ist ja der Tod das Süßeste überhaupt, was wir haben. Aber bleiben wir zunächst nochmal im Leben. Und das bedeutet ja, dass das Leben tatsächlich diese Süßigkeiten immer wieder bereithält. Natürlich im ausgewogenen Maße. Und natürlich gibt es Menschen, davon muss ich jetzt gar nicht an dieser Stelle berichten, die sich dann nur noch das Süße einverleiben, weil sie um Gottes Willen, buchstäblich um Gottes Willen, das Böse und das Leidhafte und das Dunkle nicht haben wollen, sondern eigentlich an dem Süßen gierig kleben und es sich reinziehen und dann fett werden und dann Diabetes bekommen und all diese Geschichten, die daraus passieren. Und natürlich ist das Leben immer wieder in der Art der Herausforderung, dass wir einen Ausgleich finden. Aber wir beanspruchen geradezu das Süße, weil wir den Ausgleich brauchen. Deswegen sagen wir auch, gib mir mehr davon. Und deswegen neigen viele Menschen dazu zu sagen, das ist ein Suchtmechanismus. Aber das würde ich hier nicht sagen. Es ist kein Suchtmechanismus, sondern der natürliche Ausgleich zu dem, was wir haben. Alles andere wäre vielleicht in Richtung, der gestört hat. Und viele Essgestörte sagen, Zucker ist Gift und da ist Zucker drin und hier nicht Zucker und da nicht und dort nicht. Und dann werden die Kinder belehrt, aber sie fressen sich selber heimlich voll. Oder dadurch, dass sie es verbieten oder ihren Kindern verbieten, zieht man sich dann das Süße relativ unkontrolliert rein. Und das ist dann immer wieder ein Problem. Das Maß der Dinge zu erreichen, den Ausgleich darzustellen, zu sagen, wenn ich Schokolade esse, so und so viel Riegel und nicht mehr, um das kontrollieren zu können, ist natürlich dann die Kunst. Insofern ist Schokolade, wenn wir schon den Begriff genannt haben, eine geniale Erfindung, eine geniale Schweizer Erfindung. Aber es gibt ja noch viele, viele andere Süßigkeiten, die wichtig sind. Und by the way, ich möchte mal sagen, auch an dieser Stelle, die reglementieren tatsächlich unsere Kinder immer wieder in den Süßigkeiten. Und sie haben ein Wahnsinnsverlangen und sie entwickeln eine Wahnsinnsraffinesse darin, das Süße zu kriegen und Belohnung zu kriegen und das ganze mentale Gebäude ihrer Entwicklung darum zu bauen. Und wir verbieten es ihnen dann, weil wir natürlich zu Recht nicht wollen, dass unsere Kinder verfetten und dick werden, weil das natürlich problematisch ist. Aber Kinder brauchen tatsächlich mehr Süßigkeiten, als wir als Erwachsene oft für notwendig und richtig und wichtig empfinden. Wie gesagt, es gibt diese Süßigkeiten, also Nahrungsmittel, und es gibt die süßen Empfindungen, die süßen Wahrnehmungen, die süßen Emotionen, die süßen Affekte, die süßen Affektlaute, die wir haben, wenn wir so richtig drin sind in etwas und uns das gut tut und das so erfüllend ist, diese Süße einer intimen Situation und all das, was wir so kriegen können. Das sind einfach süße Begegnungen und das Süße ist in uns angelegt. Und wenn wir schon bei Sinnlichem sind oder beim Intimen sind, dann eben auch der Orgasmus als süße Empfindung schlechthin. Und ohne diese süße Empfindung würden wir doch einiges vermissen in unserem Leben, auch wenn wir das vielleicht mechanistisch dann immer wieder bedienen und sagen, naja, es muss einfach dieser Höhepunkt dann sein. Nein, aber es ist immerhin für Sekunden oder Millisekunden diese affektive, starke Süße, die in unserem Leben drin ist. Also das Süße als Deklaration wichtiger Elemente in unserem Leben, dass wir uns nicht vollkommen verbieten und vollkommen reglementieren können. Welche Schrecklichkeiten habe ich erlebt, indem es gutmeinende Frauen ihren fetten Ehepartnern gegenüber, die dann tatsächlich Übergewicht hatten, die nur noch reglementiert haben und ihnen gar nichts mehr gegönnt haben und deren Alltag vollkommen trist und trostlos war und sie dann eines Tages vielleicht einen Herzinfarkt bekommen haben. Aber bevor der Herzinfarkt kam, hatten sie nochmal den Wunsch, den sie ihren Kindern dann angetragen haben, gib mir doch oder hol mir doch eine Flasche Malzbier, damit ich die Süße dieses Malzbiers erfahren kann. Und dann hat die Mutter dann gesagt, du hast Schuld dran, dass der einen Herzinfarkt bekommen hat, weil er die Süße bekommen hat. Dabei hat er einen Herzinfarkt aus ganz anderen Gründen bekommen. Also solche Dinge begegnen einem immer wieder. Das ist interessant und auch sehr abgrundreich, was einem so als jemand, der mit Menschen umgeht, begegnet. Es ist also, was das Süße anbelangt, egal, ob niedlich oder lieblich oder liebreich oder liebreizend und schön. Es ist auf jeden Fall süß und wir streben immer wieder zu dem Süßen. Man könnte also ganz platt sagen, das Leben besteht tatsächlich, jetzt platt gesagt, aus diesen Polaritäten süß und nicht süß. Leidhaft, anstrengend, problematisch, konflikthaft und auf der anderen Seite des Süßes als Ausgleich. Süß ist natürlich auch ein Trost. Wenn ich jemanden tröste, dann ist das etwas Süßes oder in den Arm genommen zu werden ist Süßes. Süßes kennen wir als Belohnung und es wird oft in der Konditionierung eingesetzt, als Belohnungssystem. Süße, die im weitesten und wahrsten Sinne des Wortes rund macht. Also ein absolutes Überlebenselexier, das wir brauchen. Sowohl, wie gesagt, im Mentalen, also im Seelischen, als auch eben in der somatischen Komponente der Nahrung, die wir zu uns nehmen. Also insofern ist die Süße dann letztendlich auch eine Erlösung. Das heißt, wenn unser Leben gelebt ist und eine Erlösung entsteht oder immer wieder eine Erlösung, zum Beispiel auch durch Medikamente wie Opium, mir fallen jetzt Opiate ein, kommt in Form des Morphiums, dass ich bekomme, wenn jemand unerträgliche Schmerzen hat und nichts mehr anderes hilft, außer diesen Opiaten, die wir geben, die die meisten Menschen als etwas sehr Süßes empfinden, als eine süße, goldene Schale, die um sie herum ist. Ich habe mit vielen Heroinabhängigen gesprochen, die immer wieder gesagt haben, wenn ich gefragt habe, weil mich das sehr interessiert hat, was ist es denn eigentlich in diesem Stoff? Und sie natürlich immer wieder berichtet haben, das ist eine süße, vollkommene süße Abgehobenheit von dem reellen Leben. Es ist nicht von dieser Welt, dieser Zustand und damit eben in einer angenährten, absoluten Süße, die man in diesen Zuständen empfinden kann. Warum wir das Süße so sehr beanspruchen, gibt mir mehr davon, die Süße und unser Leben.